Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kaner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Leon an. Dieser hat über Xtreme Krass geschrieben, welches er mit 4,3 Sterne bewertet hat. Wie seine Magen im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute stelle ich euch das Fitnessprogramm Xtreme Krass von Alon Garvey, Daniel Aminati und Carsten Schnellenberg vor, welches ich nun seit ca. 18 Wochen durchziehe. Zu den Entwicklern des Programmes. Alon Garvey ist Natural Bodybuilder und Fitnessmodel. Er ist vor allem bekannt durch soziale Medien wie YouTube, Facebook und Instagram. Zudem hat er seine eigene Webseite www.alongarvey.com, die sich mit den Themen Training, Ernährung und Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt. Daniel Aminati ist den meisten als Moderator für das Fernsehen bekannt. Zuvor arbeitete er als Schauspieler, Sänger und Model. Er hat schon eine eigene 8-wöchige Fitnessroutine herausgebracht, die man eventuell ebenfalls aus der Fernsehwerbung kennt. Carsten Schnellenberg ist ehemaliger Leistungssportler, Personal Trainer und Entwickler von eigenen Trainingsprogrammen. Er betreut seine Webseite www.fitnessworker.de, auf welcher man Termine findet für zukünftige Seminare, die Schnellenberg hält, Videos sowie Blog-Einträge. Woraus besteht das Xtreme Krassprogramm? Es setzt sich zusammen aus drei Baustellen. Erstens das Trainingsprogramm über eine Zeitraum von 24 Wochen. Dieser spaltet sich in drei Phasen. Wochen 1 bis 8 Muskelaufbau, Wochen 9 bis 16 Kraftaufbau und Wochen 17 bis 24 Definition der Muskeln durch effektive Fettvermüllung. Der zweite Baustein ist die Ernährung. Xtreme Krass bietet einen individuellen Ernährungsplan an, abgestimmt auf den Körpertypen, Lebensstil und die körperlichen Voraussetzungen, die man mitbringt. Motivation bietet den letzten Baustein und vermutlich der wichtigste. Hier wird versprochen, dass man an sein Limit gebracht wird und dran bleibt mit Hilfe der Coaches. Dieses Fitnessprogramm erhält man zur Zeit zum reduzierten Preis von 169 Euro statt 249 Euro. Beim Kauf erhält man also neun Monate lang Zugriff auf 70 Übungsvideos, drei E-Books mit mehr als 75 Rezepten sowie ein persönliches Trainingslogbuch, in welchem man Trainingserfolge festhalten kann, um so eine bessere Übersicht zu erhalten. Dieses Fitnessprogramm richtet sich an Menschen, die Gewichte und Muskeln zulegen möchten, die keine sichtbaren Erfolge oder Fortschritte bei ihrem derzeitigen Training erlangen und solche, die eh schon ein Fitnessstudio besuchen und jetzt noch effektiver und gezielter trainieren wollen. Es wird davon ausgegangen, dass man mindestens dreimal die Woche für 90 bis 120 Minuten ins Fitnessstudio geht oder gegebenenfalls auch öfter. Nun zu meinen Erfahrungen und meinen Gedanken. Ich bin als absoluter Laie eingestiegen mit dem Gedanken, dass ein paar mehr Muskeln nicht schlecht wären. Vorab habe ich im Internet recherchiert, ob dieses Programm als Anfänger freundlich gilt und dem war so. Also entschied ich mich zum Kauf, der abläuft wie auf jeder anderen Internetseite. Man trägt seine Daten auf der Webseite ein, zahlt über Paypal, Sofortüberweisung, Kreditkarte oder Vorkasse und erhält nach der erfolgreichen Zahlung eine E-Mail mit dem Zugangscode für den Trainingsbereich der Webseite. Die Internetseite ist übersichtlich gestaltet und leicht verständlich, so dass man sich zu keinem Zeitpunkt verloren führt. Besonders hervorheben möchte ich die ausgesprochen hilfreiche Community. Wenn man Fragen hat oder sich einfach einen Austausch über das Training wünscht, Erfolge anderer Leute sehen möchte oder einen Ausblick auf kommende Trainingsphasen erhalten will, ist man dort genau richtig. Bisher habe ich dort viele nette Menschen kennenlernen dürfen. Natürlich ist es leider nicht ausgeschlossen, dass da auch ein paar schwarze Schafe sind, aber von denen lässt man sich nicht beirren. Auch die Coaches sind einfach zu erreichen, was ich so in dieser Form gar nicht erwartet hatte. Zwar haben die damit geworben, dein Personal Trainer zu sein, aber daran geglaubt hatte ich nicht. Also war ich hier eines Besseren belehrt worden, dass sie sich wirklich Zeit für dich nehmen, um auf dein Anliegen zu antworten. Nun zum Training selbst. Wie gesagt, bin ich als absoluter Anfänger gestartet, mit dem Wunsch Muskeln und Gemücht zuzulegen. Nachdem ich also angegeben habe, wie meine Startvoraussetzungen aussehen, wurde mir ein Ernährungsplan zur Verfügung gestellt. Die extrem krasse Ernährung besteht zu ca. 50% aus Kohlenhydraten, 30% Eiweiß und 20% Fett. Dabei ist sie individuell abgestimmt auf die Angaben, die man zuvor selbst gegeben hat. Die Rezepte sind abwechslungsreich auch für Vegetarier und Veganer. Das Training fiel mal anfangs recht schwer. Die erste Phase des Muskelaufbaus war dennoch gut zu schaffen, dadurch, dass einem viele Regenerationsphasen gegönnt werden, damit die Muskeln an Volumen und Masse zunehmen können. Tatsächlich hatte ich nach ungefähr zwei Wochen eine Veränderung bemerken können. Freunde haben es nach 4-5 Wochen bestätigt. In der zweiten Phase ging es dann an das Stämmen von Gewichten. Gerade hier hatte ich Angst, etwas falsch zu machen. Jedoch wurde in den Videos alles ausführlich erklärt, so dass ich mir allein im Fitnessstudio keine Sorgen machen musste. Hier geht es darum, die Muskeln auf eine bevorstehende Wachstumsphase vorzubereiten, indem man ihre Leistungsfähigkeit steigert. In dieser Phase vor allem ist mir aufgefallen, wie sich meine Kondition verbessert hat. Ich schaffe es, von Tag zu Tag mehr Gewicht zu heben. Schon allein dieses Gefühl war für mich Motivation genug, um weiterzumachen. Jetzt befinde ich mich seit zwei Wochen in der dritten Phase. Eine Kombination aus Phase 1 und 2, die dazu dient, Fett zu verbrennen und die Muskeln, die man nun mühevoll aufgebaut hat, freizulegen. Auch hier finde ich, dass es zu schnellen sichtbaren Ergebnissen kommt. Besonders mein Bauch macht einen schönen definierten Eindruck. Abschließend kann ich sagen, dass ich mit dem Kauf des Programms durch und durch zufrieden bin. An Tagen, wo ich mich unmotiviert fühlte, habe ich mich entweder die von extrem krass bereitgestellten Videos angeschaut oder in der Community gestürmert. Ich habe mir die Erfolge anderer zur Inspiration genommen, damit ich selbst nicht aufhöre. Bisher halte ich mich strikt an den Trainings- sowie Ernährungsplan. Es gab nur einige wenige Ausnahmen, Tage, wo ich mich nicht zu 100% hinführte, wo ich schlapp machte. Das Programm ist für mich die richtige Wahl gewesen. Mir wurde alles genau und einfach erklärt, so dass ich mittlerweile ein gutes Verständnis von Sport und Ernährung habe. Ich habe noch sechs Wochen vor mir und freue mich schon auf das Ergebnis. Es empfiehlt sich auf jeden Fall an Tag 1 Fotos vom Ausgangszustand zu machen, zumindest empfand ich es als motivierend, von Woche zu Woche die Fotos miteinander zu vergleichen. Ich würde mich zu jeder Zeit wieder dafür entscheiden und habe es auch schon einigen Freunden angeraten. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de